Kannst die anderen ruhig küssen, das ist grad in meinem Sinn, denn wie solltest du sonst wissen, dass ich der Beste bin? Kannst mit ihnen gern verkehren, das, was du damit erreichst, ist nur noch mehr, mich zu begehren, je mehr du vergleichst. Kannst doch gern mit diesem frechen Macho aus der dritten Welt unsere Muster ehebrechen, wenn er dir doch so gut gefällt. Solang dein Sinn nach unserem braven, guten Hausverwalter steht und danach mit ihm zu schlafen, wird die Miete nicht erhöhen. Wenn das Winger auf die Knie fällt vor dir, dann lass die Hormone frei. Deine Seitenspringerstiefel, sie hielen viel zu heil. Könnten deine Eskapaden, über die die Welt schon spricht, unserer großen Liebeschaden, das glaube ich nicht. Komm nach Hause, bleib ein Weilchen und dann werden wir schon sehen, Wie beschleunigt unsere Teilchen, wieder ineinander gehen. Und dann bleibt auch erst mal, wenn die Liebe wieder ist im Haus, Mein geheimes zweites Endi, eine Weile aus. 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 Vielen Dank.